Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Stars, der wird zu einem kleinen neuen Infovideo, denn heute gab es etwas Neues zu sehen, denn Game Master Lillian hat auf Instagram dieses coole Bild hier gepostet. Das zeigt nicht nur einen der neuen Andalusier, der hier echt gut in Szene gesetzt ist, sondern auch das neue Cosplay Set, was wir morgen erwarten können, denn das Meerjungfrauen Set zieht in das Purple Pony Geschäft ein und wir können uns darüber freuen, das eine oder andere Meerjungfrauen Erlebnis durchspielen zu können, wenn wir Bock haben. Ich finde, es sieht richtig, richtig cool aus. Ich freue mich auf die Ohren. Ich glaube, ich werde mir dann auch nochmal so ein Outfit daraus zusammenstellen und mal gucken, ob wir nicht das eine oder andere Meerjungfrauen Outfit dann machen können. Vielleicht machen wir auch sogar so eine kleine Battle draus. Ich bin gespannt, wie gefällt euch denn so das Meerjungfrauen Outfit? Freut ihr euch drauf, Star Stable als Meerjungfrau unsicher zu machen? Wie findet ihr denn die neue Haarfarbe, die eingefügt wurde? Und werdet ihr euch das Ganze holen oder vielleicht sogar das Ganze für das eine oder andere Roleplay Projekt? Dann heißt es dann nicht mehr Reiterhof oder Wildherde, sondern Meerjungfrau Herde und also MH wird dann am Abend immer gesucht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Bin gespannt, wie das Ganze dann morgen aussieht, ob das auch noch in anderen Farben gibt und bin auch auf eure Meinung dazu gespannt. Haut in die Tasten und wir sehen uns morgen zum Update. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.